Elf Millionen Russen haben direkte Verwandte in der Ukraine. Geschwister, Eltern, Kinder. Die erzählen ihren russischen Verwandten am Telefon, was in der Ukraine passiert. Und die glauben es nicht. Warum eigentlich? Die russische Desinformationskampagne rund um die Ukraine begann in 2014 als Vorbereitung auf die Zerstörung einer demokratischen Ukraine. Und ja, acht Jahre lang wurden die Menschen durch das russische Fernsehen praktisch Gehirn gewaschen. Aber ist das als Erklärung ausreichend? Wie kann denn das Fernsehen überzeugender sein als die eigenen Kinder, die eigenen Geschwister? Die Antwort ist psychologisch. Sie glauben dem Fernsehen mehr, weil sie dem Fernseher mehr glauben wollen. Es ist ein emotionales Bedürfnis, sich im Recht zu fühlen, zu den Guten zu gehören, sich als Nation groß zu fühlen. Es gibt mehrere Missverständnisse im Zusammenhang mit Desinformation. Das erste Missverständnis ist, dass die Menschen der Desinformation dort ausgeliefert sind, wo sie verbreitet wird. Doch das ist nicht der Fall. Es gibt einen zweiten wichtigen Faktor. Das emotionale Bedürfnis, diese Desinformation zu glauben. Wenn die Menschen kein solches emotionales Bedürfnis haben, werden sie die manipulativen Massenmedien umgehen und sich unabhängig informieren. Wir sehen das in Ländern mit freien Massenmedien, die leicht umgangen und ignoriert werden, um irgendwo obskure Verschwörungstheorien zu finden, die in das eigene Weltbild passen. Die Menschen suchen sich die Informationen, denen sie glauben wollen. Wir können radikale Kanäle blockieren. Wir können und müssen Nazis die Plattformen ziehen. Wir können und müssen Fakten checken. Alle diese Dinge sind gut und dienen ihrem Zweck. Aber sie ändern nichts an dem menschlichen Bedürfnis, bestimmte Lügen glauben zu wollen. Wenn die Welt zu komplex wird, wollen die Menschen Geschichten glauben, die diese Komplexität vermeintlich erklären und vereinfachen. Geschichten, in denen es die Guten und die Bösen gibt, in denen man selbst zu den Guten gehört. Diejenigen, die das Gefühl haben, keine Kontrolle über eine digitalisierte, globalisierte Welt zu haben, wollen Geschichten glauben, die besagen, dass jemand da oben die Kontrolle hat. So entstehen antisemitische Verschwörungstheorien. Mit reiner Regulierung werden wir diesem Phänomen nicht beikommen können. Wenn wir wollen, dass die Menschen sich kritisch und objektiv mit Informationen auseinandersetzen, müssen wir etwas stärken, das über reine Medienkompetenz hinausgeht. Nämlich die Selbstwirksamkeit. Das Gefühl selbst, ein verantwortlicher, unverzichtbarer Teil der Gesellschaft zu sein. Nicht nur Opfer oder Konsument, sondern Gestalter der eigenen Gesellschaft. Das bedeutet eine Stärkung der Demokratieerziehung, der lokalen Strukturen und der Unterstützung des Gemeinwesens, der Sozialhilfe sowie der Partizipation. Diese Dinge sind kein Luxus, wenn es um den Aufbau widerstandsfähiger demokratischer Gesellschaften geht. Das sind die Grundlagen. So, das zweite Missverständnis besteht darin, dass Desinformation darauf abziele, Menschen davon zu überzeugen, dass etwas wahr sei. Viele Menschen scheinen verwirrt darüber zu sein, dass so viele russische Desinformationen lächerlich unglaubwürdig erscheinen. Sollen wir wirklich glauben, dass die Ukraine Atomwaffen baut? Nein, das sollen wir nicht. Als Trump 2017 zum ersten Mal über die Größe der Menschenmenge bei seiner Amtseinführung log, ein Ereignis, das wir alle mit eigenen Augen gesehen hatten, waren Journalisten verblüfft, was er damit bezwecken wollte. Damals schrieb ich einen Artikel darüber, wie sehr mich das an eine typische Propagandamasche aus dem KGB-Drehbuch erinnert. Steve Bannon hat diesen Schachzug genannt, Flood the Zone with Shit, die Zone mit Scheiße fluten. Die Strategie besteht darin, so viele beliebige Lügen so laut zu erzählen, dass die Wahrheit verloren geht. Ich habe das genannt, der Himmel ist grün, und das bereits in einem Video beschrieben. Kurz gefasst funktioniert das so. Ich sage, der Himmel ist grün. Du siehst auf, korrigierst mich verwirrt, Nein, der Himmel ist blau. Ich widerspreche, Nein, der Himmel ist grün. Du überprüfst das, zeigst mir Fotos und eine Spektralanalyse und bestehst darauf, der Himmel ist blau. Ich sage ganz ruhig, der Himmel ist grün. Du wirst ärgerlich und schreist, Er ist blau, du Idiot! Und nun antworte ich, Na, na, kein Grund deswegen unhöflich zu werden. Du denkst, er ist blau, ich denke, er ist grün. Wir haben beide ein Recht auf unsere eigene Meinung. Ich denke, wir können nicht wissen, welche Farbe der Himmel hat. Und das ist der Punkt. Es geht nicht darum, dich davon zu überzeugen, dass der Himmel grün ist, sondern darum, dich zu überzeugen, dass die Wahrheit, wenn es denn eine gibt, nicht erfahrbar ist. Wenn die Wahrheit nicht erfahrbar ist, haben wir als demokratische Gesellschaft kaum etwas, worüber wir reden können. Wir können uns nicht organisieren. Wir können keine Entscheidungen treffen. Wenn es keine objektive Wahrheit gibt, die einen Zusammenhalt zwischen uns konstruiert, dann brauchen wir eine Autorität, die entscheidet, was wahr ist und was darüber zu tun ist. Einen starken Mann, wenn man so will. Wenn man einen autoritären Staat errichten will, muss man zuerst die Wahrheit zerstören und alle, die sie konstruieren. Neben dem Klimawandel wird eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre der Kampf gegen den internationalen Autoritarismus und Faschismus sein. Wir sehen, dass diese Bewegungen sowohl das Internet als auch die klassischen Medien nutzen, um die Zone mit Scheiße zu fluten. Seit vielen Jahren versuchen wir dem Feuerwehrschlauch von Unwahrheiten mit Wasserpistolen von Faktenchecks zu begegnen. Wir haben immer reagiert. Immer in der Verteidigungshaltung. Das hat nie wirklich funktioniert. Aber es gab einen Moment, der mir einen Hoffnungsschimmer gab. Und das war, als Russland seine Armee an der ukrainischen Grenze zusammengezogen hatte und die US-Sicherheitsdienste begannen, präventiv Informationen herauszugeben. Sie werden einmarschieren. Das schuf einen Regenmantel der Erwartung gegen den Feuerwehrschlauch der Unwahrheiten. Das Narrativ war dadurch aufgestellt. Als Russland dann einmarschierte, gab es kaum noch diese übliche Verwirrung und Ungläubigkeit darüber. Und das scheint mir die beste Strategie zu sein. Frühzeitig kommunizieren. Transparent kommunizieren. Mutig und klar kommunizieren. Ich glaube an Wahrheit. Auch jetzt noch. Aber der Aufbau einer Gesellschaft, in der Redefreiheit herrscht, die offen und demokratisch, solidarisch und ehrlich zu sich selbst ist, erfordert Arbeit. Und diese Arbeit müssen wir jetzt investieren.